Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 15. September 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1250, heute mit den folgenden Themen. Corel, iPhone 14, Aufprallschutz, DeepL, Intel, Telefonbuch und Anleitung. Würden wir hier im Geek Talk Daily und generell in den Blogs und Podcasts hier vom Pogipsi Network Analysedaten schalten, dann wüsste ich, wie jung, alt oder irgendwo dazwischen ihr seid. Und dann wüsste ich auch, ob ihr mit dem Namen Corel etwas anfangen könnt. Wir tun das nicht, weil Datenschutz ist uns wichtig und deshalb eben kein Tracking und solche Geschichten. Ich weiss nicht, wie alt ihr seid. Vielleicht könnt ihr mir das auch irgendwie über gewisse Kanäle mitteilen. Also nicht euer Alter, aber ob ihr mit dem Namen Corel noch was anfangen könnt. Corel hatte früher Corel Draw oder Corel Office, irgendwas so eine Office Suite und alles Mögliche im Angebot. Die Firma wurde mehrfach verkauft, nachdem sie im Jahre 85 gegründet wurde. Und irgendwie wird sie jetzt umbenannt. Ich meine, die jungen Menschen, denen ist das egal, weil die haben eh keine Ahnung, was Corel Draw ist. Für uns älteren Hasen ist es ein bisschen wehmütig vielleicht. Die neu, oder neu heisst die Software Aludo, oder wie wir der Mike vor in der Geek Talk News Episode der Aufnahme dazu gesagt hat, hat Al, ich habe es schon wieder vergessen, hört in den nächsten Tagen die aktuellste Geek Talk News Episode, dann wisst ihr, wie die Software in Zukunft heisst. Und die hat ja nicht nur eben Corel Draw drin, sondern noch ein paar andere Geschichten. Aber gehen wir weiter zum iPhone 14. Schreckmoment. Das iPhone 14, der Akkutausch, wird teurer als beim letzten Modell. Mein Gott, wer hätte das gedacht. Ja, aktuell haben wir die Probleme mit der Beschaffung von Technik, mit allem Drum und Dran und der Weltverteilung. Und somit war klar, dass da irgendwann mal der Preis angehoben wurde. 69 US-Dollar war bis anhin der Preis bei den meisten iPhone-Modellen. Neu geht er hoch auf 99 US-Dollar. Wer also aus seinem iPhone in ein, zwei Jahren dann mal einen Akku tauschen möchte, der wird ein bisschen mehr bezahlen, als das, was man bis jetzt gewohnt ist. Kann passieren. Vielleicht passt sich der Preis auch wieder an, wenn sich das Ganze ein bisschen beruhigt hat. Wer weiss. Dann habe ich euch noch ein Video verlinkt zu der Core Detection im neuen iPhone, in den neuen Apple Watches. Apple Watch 8 und iPhone 14 aufwärts. Auch die Apple Watch SE hat der zweiten Generation, hat es drin. Wie das Ganze funktioniert, das hat Apple in einem Video euch aufgezeigt. Dort könnt ihr sehen, wie das Ganze funktioniert. Grundlegend kann das iPhone, aber auch die Apple Watch auf Auffahrunfälle, Frontkollisionen, seitliche Zusammenstössen und Überschläge mitbekommen und dann eben den Notfall auslösen. Also einen Anruf über den Notfall. Weiter geht es mit dem Übersetzungstool, Tool Deep L. Da gibt es eine neue kleine Meldung, die kann jetzt insgesamt 29 Sprachen. Die neueste, die dazu gekommen ist, ist Ungarisch. Nicht gerade unpraktisch in aktuellen Zeiten, dass man da auch ein bisschen mehr mitbekommt, wenn etwas in der Landessprache kommuniziert wird und dann so übersetzt werden kann. Zu guter Letzt noch zwei Themen. Das eine ist, Thunderbolt 4 scheint in den Startlöchern zu sein. Tums Hardware hat berichtet, dass es eine Demo gab bei Intel in Israel. Dort wurde ihnen gezeigt, wie Thunderbolt 4 funktioniert und dass es eben 80 GB an Daten pro Sekunden durchschleusen kann. Richtig heftig schnell. Zu guter und jetzt letzt kommen wir zu den weissen Seiten. Liebe deutschen und österreichischen Hörer, wahrscheinlich könnt ihr damit gar nicht viel anfangen. Bei uns in der Schweiz gibt es die weissen Seiten und die gelben Seiten. Das hat nichts mit einem neuen und dem alten, vergilbten Buch zu tun, sondern die weissen Seiten. Da stehen die Telefonbucheinträge von Privatpersonen drin und in den gelben Seiten. Das ist das Branchenverzeichnis. Da stehen Business, also Firmennummern etc. mit drin. Und das Telefonbuch, das mit den weissen Seiten, das gibt es jetzt nicht mehr. Nach 142 Jahren hat man entschlossen, das Ganze einzustellen. Und das finde ich auch gut so. Damals zu den Höchstzeiten in den 90er Jahren waren 4,2 Millionen Einträge mit drin. Hatte damals auch damit zu tun, dass man jede Telefonnummer da drin haben musste. Seit 1997, also auch schon wieder ein Stückchen her, ist diese Pflicht nicht mehr da. Man kann, wenn man möchte, seine Telefonnummer austragen lassen. Macht vor allem dann Sinn, wenn man keine Telefonwerbung und solchen Quatsch haben möchte. Und halt einfach nicht drinstehen möchte. Der zweite Grund, und jetzt donnert es fleissig da draussen, ist der Rückgang der Festnetzanschlüsse. Und nicht mehr jeder Mensch hat seine private Nattelnummer, sprich Mobile-Nummer, da hinterlegt. Und somit ist das Ganze immer mehr zurechtgeschrumpft. Ich habe mich ja jedes Jahr darüber wieder aufgeregt, dass ich es nicht geschafft habe, innerhalb des Jahres das Telefonbuch abzubestellen, als wieder ein neues rausgekommen ist. Ja, ich werde es nicht vermissen, denn ich habe ja dieses Internet. Und wenn ich das Internet mal nicht mehr habe, dann habe ich eh andere Probleme. Dann ist es mir auch egal, wenn jemand nicht mehr reicht, der keinen Festnetzanschluss mehr hat. In Deutschland gibt es übrigens das Telefonbuch noch. Die letzte Auflage lag bei 60 Millionen Stück. Wenn man bedenkt, wie viele tote Bäume das da herhalten oder wie viele Bäume das da herhalten müssen und sterben müssen, das ist ein Gräuel. Bitte schafft das auch in Deutschland ab. Zumindest in Europa haben es auch die Niederlanden geschafft, das Papier abzuschaffen. Die schon vor drei Jahren wurde übrigens in der Schweiz auch schon da beschlossen, aber per 2023 wird es jetzt umgesetzt. Gute Dinge oder Dinge, Bereiche brauchen bei uns in der Schweiz halt einfach mal ein bisschen länger. Manchmal ist es auch gut so. Hier bei den Bäumen natürlich nicht ganz. Aber das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und wenn das alles klappt, hören wir uns bald schon wieder. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.